so ich bin doch der horst okay bist du das nicht immer haben sie wieder alle mit drin in einer runde vorletzte runde also vorletztes also wir haben ja danach nur noch eins ja So, da geht es dann direkt. Oh, Marco, es macht wir beide. Ich hoffe, dein Partner jetzt. Ja, da war ich ja ohne, der Typ. Aber wie gesagt, hat die beiden eben schon abgelenkt und dann konnte ich mir den einen noch holen. Und das Lied an dem Team sieht aus wie Zwillinge. Nur Frau, Mann und Gesicht her. So. Kev macht wieder nur Blödsinn, wie immer. Das ist eigentlich dein Bad. Aber hey, wir spielen zumindest mal immerhin einmal zusammen. So. Runde 6. Also. Sex. Oh. Ja. So. Okay, Kev, wenn du meinst in die Richtung, dann... Ja, natürlich, da vorne schon ist ein Team. Ich habe mal ein bisschen geguckt, da vorne kommen sie nämlich auch schon. Ja. Dann ist auch der Metratron hier. Ja, der... Warte, wo stand der? Hinter uns oder was? Nee, 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 vor uns, links, wo die anderen gerade herkamen. Ja, da habe ich da... An den Säulen. Ich starte hinter dem Bus, als ob die gefühlt durch den Bus durchgeschossen haben. Naja. Die richtig... Gefühlt haben sie durch den Bus durchgeschossen, weil ich genau der Hinterstand... Na ja, egal, hört's gut. Vieles auch mal ausziehen, ne? Alle geht's auf mir. Aber der ja knapp. Der ja knapp. Aber es ist ja lustiger gewesen, wenn wir die Map ein bisschen größer gemacht haben, haben ja Leute reingesetzt, hätten. 10 bis 12, was war schon lustig, wenn sie sich... 6, 7 Teams oder 8 Teams? Ich weiß gar nicht, wie viel maximal. Wir dürfen jetzt reingehen. Kommt auf, ich glaube 16. Das war aber eine schnelle Runde jetzt. Ja, das war gefühlt schon. So, da fährt das jetzt doch das letzte. Na ja, dann halt die zusammen in eine Runde. Teil 6 und 7. Das ist halt so zu lange. Äh, sonst... Ist ja die Folge einfach dann auch zu kurz irgendwo. Aber hatte ich nicht eingestellt mit zwei Runden? Oder war nur mit einer Runde jetzt? Ich weiß es nicht. Das gefühlt war es gerade natürlich sehr kurz. Kleine Runde, ja. Vielleicht hast du es auch so sind um ihn gestellt. Na ja, alles gut. Zählt noch ein Spieler? Zählt noch ein bisschen. So, da kommen nochmal zwei Leute. Na, schau an. Yay, funktioniert ja mal. Ja, da spielst du ziemlich am Anfang die Mission auch. Mhm, mit dem Motorrad, Vorsicht, vorne am Tor sind sie schon. Ja, da steht Team Lila, ich weiß. Ja, ist das weg? Da vorne muss er immer noch zum Grünen umgeistern. Ja. Jetzt nicht mehr. Oder wahr. Zack, der hat sich gerade hier umgebracht, gut. Mhm. Die anderen kommen jetzt gleich um die Ecke, Vorsicht. Mhm. Und auch tot. Scheiße. Ach so, ich dachte du warst tot, gut. Nein, nein. Die. Weil der eine saß hinter der Mülltonne und du hast den anderen nur beschäftigt. Und so konnte ich dem Zeit... Ja, ich bin außen rum, ich bin oben die Treppe hoch und dann auch. So konnte ich dem Silver, dem konnte ich auch noch schön in den Rücken fallen. Ich hab's ja beide geholt. Also den einer und... Yay! Ja, wenn du einen holst, holst du beide, weil der andere nicht... Nein, ich hatte beide gegnerische Teams geholt. Ach so. Ich hatte Team Grün, glaube ich, den einen mitgenommen und den anderen jetzt noch. Nee, Team Grün wurde von denen erledigt, die wir jetzt gerade erledigt haben. Und du hast den davor erledigt. Ja, den davor und den anderen da, genau. Ja, ich weiß, jetzt sind beide auf mich zugekommen und dann hab ich mir beide... Bist du gut? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, so kann es auch funktionieren. Pass auf, kriegen wir schon wieder ein Team? Bist du im Grün? Wie kommt jetzt die Straße lang? Ja, ich habe jetzt was. Ja, das meiste Leben von Baby habe ich aber abgezogen. Ja, habe ich gesehen. Und der andere, der dann war glücklich, dass ich das Baby da noch an kann mit wenig Leben. Weil ich den einen noch geholt hätte. Gerne. So, warte mal. Wo ist denn der? Ja, ich habe verloren. Keine Chance. Der zweite ist noch angeschissen. Der zweite von denen ist noch angeschissen gekommen. Ich wollte gerade wieder außen rumschleichen. Hm? Ja, ich war mal 1 gegen 1 gegen den 1 von denen und da kam der Partner von dem doch angelaufen. Das war es schon. Nee, warst du schon? Nee, nee, nee. Ich glaube, es müsste noch ein Runde, nee, nee, gibt es nicht. Das waren doch schon die Jobpläne. Komisch. Ich dachte mir, okay, das ist halt normalerweise. Eigentlich haben wir noch einmal gewonnen und einmal die. Eigentlich hätte ich noch mal. Oh, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich auf Dings drücken. Gut. Eigentlich war es gut. Ja, doch, alles gut. Passt. Dann feier Modus, dann sind wir nämlich durch heute. Dann haben wir so einmal alle komplett durchgezogen. Aber ich hoffe, der war lustig, ist ruhig, muss man sagen. Aber jetzt ist mal der sehr lange Aufnahme, aber wird es genug Content wieder haben? Auf jeden Fall müsste jetzt erst mal wieder genug da sein. Ja. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann tatsächlich doch noch mal mit den Heißen ansetzen können. Fast zwei Level gewonnen. So, kurz Geld einzahlen und dann noch mal Feierabend für heute. Aber dafür immerhin 200, 300.000 gemacht. Jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Mission. Ja, ich sag ja, dass das manchmal mehr Kohle bringt, als wenn du da an solchen Vorbereitungen und sowas jetzt. Alles gut, ja. Die Vorbereitungen, wenn du halt zu dritt bist, dann kannst du halt solche Dinge machen. Wenn du halt zu viert bist, wenn man, wenn der Jan halt wie gesagt, immer mal da ist, oder neuer, dann noch mal mit der Heißweite. Ansonsten bleibt das erst mal nichts anderes übrig, als du bist so Mission zu machen. Wir können ja auch die Gegner-Modi, gut, wir können ja auch die Schlitzer-Dinger machen, wenn wir dann halt wirklich nur zu dritt sind, weil wir dann neue Leute noch mit dazu einladen können. Ach, ich werde, ich werde wahrscheinlich dann nachher auch mal ein bisschen Werbung machen, mal gucken. Kannst du gerne tun. Ja gut, dann machen wir mal Feierabend und dann geht's bald wieder weiter mit uns.